Achtung Achtung jetzt wird's wieder heiß und fertig wir schon wieder GTA 5 Custom-Maps zusammen mit dem Abel und wir haben hier den Longest Worldwide angeblich am Start und in der Besteuerung stand etr1 als morgen lustig ist dass die nächste Map auch Longest Worldwide heißt die in der Spieleliste ist natürlich Chürmier Windschatten das wird gar nicht so weit okay die das ist so ne Dings Wie heißen denn die dinger, oh wie hießen die denn früher bei Ich bin extra kurz nach hinten unten gefahren Ja, er hat Windschatten. Ne, Windschatten, darum ging es gar nicht. Es ging ja darum, dass du nicht in mich reinfährst. Jetzt hat er Windschatten. Er zieht mega vorbei. Ich war ganz oben rein. Ich nicht. Warum nicht, ey? Weil er könnte mal rausgerammt werden. Er will nie mehr mitspielen. Ey, mach das mal. Ganz knapp nicht, ja? Ich hatte auf den richtigen Moment. Er will nicht rauskommen. Nein, würde ich nie machen. Du willst mich rauskommen. Das ist das... Er will mich echt rauskommen. Nein, ich kann auch nicht. Hast du es verkackt? Was? Was kommt hier? Muss man da... Okay, man muss ganz nach oben. Oh, fuck. Bist du zu weit unten? Was? Oh, hier droppen wir mega. Ich glaube, ich bin raus. Einfach gedrückt halt. Oh, mega. Ne, ich hab's. Kurz Ego und Anhärmungsmine. Ey. Ne, willst du nicht wagen, glaube ich, oder? Aber hoffentlich nicht. Kurz Homepump. Aber ich brauch ne Haftbombe. Du bist zu nah dran. So, Haftbombe. Okay, du brauchst mal mehr, gell? Ja, ich hab's verkackt, oder? Ja, ich hab's. Ich hab's auch verkackt. Ganz am Ende, ernsthaft. Das war aber, hast du? Wer hat's schon gezückt? Das ist ganz schön kacke, im Ego zu fahren. Ja, ich weiß es. Wo bist du? Unter mir irgendwo, oder? Ne, 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 ne. Weiß ich nicht. Ah, ja, da unten fährt er vorbei. Da oben fährt er. Er kommt ran. Nein. Oh. Oh, ich halt mich. Ich halt mich. Never. Ich bin noch dran. Lacka. Junge, 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 Junge. Alter, ich war echt bei, beim untersten Strich weit. Du wolltest mich halt rausrannen, ne? Das war halt wie der Kramer. Ja, wie immer. Ich hab halt einfach so, möglichst viel abgebremst, dass du nicht damit rechnest, weißt du? Und hat funktioniert. Jetzt kann ich ja doch die Annäherungsminos fangen. Hey. Ja? Nein. Warum sollte ich das nicht tun? Weil es sinnvoll ist. Hast du gut kass? Oder? 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 Ich kann's halten. Hä? Wie viel Lack kann man haben? Zweimal halten. Äh, er hat's nicht halten können, okay. Hä? Ich hab's noch. Warum bist du da hinter mir? Weil ich grad vielleicht in der Kurve bin oder so? Keine Ahnung. Ja, da hinten halt. Dass du mich überholt hast. Ja, ja. Also, nicht... Aber du weißt, wie ich das meine. Ja, ja. Hey, wer hat's? Fängt's grad an zu regnen? Ich hab verpackt. Nee. Ingenieur fängt's an zu regnen. Weil dann wird's auch schwierig. Warum bist du nur Zweiteil, wenn du das verkaufst? Als ob ich's hätte halten können, ne? Alter, wird echt schwierig schon. Vor allem der letzte Part, das uns mitfällt. Na, den muss man irgendwie von unten anfahren, oder was? Alter, wenn man ganz einfach gedrückt hält nach oben, man zieht nur ganz wenig hoch überhaupt. Ja. Alles wegen dem scheiß Regen, glaub ich. Ja, wegen dem Regen macht's echt nicht mehr. Und wenn man einmal loslässt, direkt einen Meter nach unten. Dein Ernst, Helme? Ups. Dein fucking Ernst? Dein fucking Ernst? Okay, okay. Nee, ist okay, Helme. Ist okay. Hey, lol. Wenn man jetzt gedrückt hat, zieht man fast gar nicht mehr hoch. Ist okay. Hey, ich zieh gar nicht mehr hoch. Ich wopse. Ja, ich auch. Es ist nicht mehr möglich. Die Map ist nicht mehr möglich, glaub ich. Schauen wir mal, ob die möglich ist, oder nicht. Also bei mir geht's sich nicht mehr aus. Ich würd sagen, sie ist möglich. No. Ja, sicher. 100%. Also bei mir, ich hab's jetzt nicht geschafft und ich hab durchgehend gezogen. Ich sag, sie ist möglich. Freunde, was sagt ihr? Schreibt's mal in die Kommentare. Sogar relativ easy. Kann ich sagen. Ja, ja. Ich hab' Laber-Story. Doch, doch. Also bei mir nicht ansatzweise. Du kommst nicht mehr an den Volvo weiter, oder was? Nee. Ich fahr' ja schon lang. Easy. Nein. Ich hab's sogar gleich. Bin grad an der Dingsstelle. Fährst du zum Flughafen, oder was machst du denn? Was machst du? Sag mal. Das ist halt so eine Eingedachtung, oder was? Nur du fährst die falsche Strecke. Wie viele Kilometer sind's bei dir? Ich hab kein Navi. Dann fährst du wohl die falsche Strecke. Ja, du fährst definitiv die falsche Strecke. Mach mal lieber Navi an. Na, ich gleich. Er fährt da einfach als... Ja, du auch. Ja, als ob ich nicht fahre. Weißt du, wenn du fährst. Ich hab das doch gesehen, als du da runterspringst. Du warst vor mir am Boden. Das hab ich gesehen. Auf der Karte. Und zwar direkt neben mir. Nur auf einer anderen Straße. Schade, ne? Ich bin auf der Autobahn. Du nicht. Ja. Und ich bin gleich da. Du nicht. Ja. Wie viele Flugzeuge stehen da überhaupt rum? Rein so Interesse halber. Ich glaub drei oder vier. Drei oder vier? Hm. Ich hab schon ne Idee, wer da was vorhat, wenn der Erste ist. Vielleicht stehen da auch keine mehr. Und alles voller Annäherungsmöglichkeiten. Ne, da stehen schon noch genug. Keine Sorge. Die stehen da. Ganz entspannt. Aber eine Person mit Raketen. Ne, auch nicht. Du solltest ihnen... ...dich nur nicht nähern wahrscheinlich dem Flugzeug. Ach so. Ist auch ne Possible. Ist halt heiße Ware, sag ich mal. Und sehr begehrt. Ja. Problem ist, bin ich eher da. Ich weiss es nicht. Ich seh dich auf der Minimap gerade nicht wirklich. Ich... Ich auch nicht. Ich bin jetzt gleich am Tunnel. Ja, okay. Dann bist du eher da. Ich hab aber einen Unfall auf dem Weg dahin gebracht. Er gibt Megagas. Er ist gleich da. Und ich bin bis jetzt ohne Korte gefahren. Er ist gleich da. Ich bin schon da. Kommst du da einfach so rein? Ja. Ich hab einen Manger. Er kommt da einfach so rein. Er hat schon einen Flieger. Er hat echt schon einen Flieger. Er steigt aus. Er geht mega innen. Wo ist er hin? Ja, ich bin weg. Bist du sicher? Oh, wenn die trifft, ne? 10 Eugen. Okay. Hast du getroffen? Nice. Nee. Aber nicht. Ich hab nicht gesagt wen. Das ist halt nicht. Mars, du hast hier keine Anhärungsminen hingelegt? Nö. Ich hab einfach nur auf schnell gemacht. Du wolltest nur weg, oder was? Ja. Ich hab mit Anhärungsminen gerechnet, muss ich ehrlich sagen. Nö. Bin ein bisschen enttäuscht jetzt auch, ne? Wie kann man nochmal mit dem Schießen? Lertest. Wahrscheinlich, oder? Ne, ohne Witz. Auf PC ist es einfach. Ah, hier sind Raketen. Und wie beleuchtet die denn? Ah, so! Bist du schon, hast du den Punkt schon? Nö. Bist du in front in der Nähe? Ja. Fuck! Hast du den Punkt bekommen? Ja. Und warum der fuck? Weil ich dich noch abballern wollte. In deinen Träumen, Junge. Er hat da alles vor Ernährungsminen gelegt. Vielleicht. Die Antwort würde mich vor unsichern, oder? Ja. 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 Er hat's. Er will mich auch vor allem. Die Antwort würde dich vor unsichern. Ja. Ja. Oh, dass ich das überlebe. Ja, ja. Er lacht sich, du. Hast du den nächsten Punkt schon? Nein. Warum nicht? Dropst du da? Nee, nicht mal. Das glaubt man nicht. Ich fliege jetzt den Wallrider. Ja, ja, ja. Er cheatet. Alter, mein Ding ist mega am Qualminden. Ich weiß nicht, ob ich's schaffe. Doch, das schaffst du. Hast du's schon? Also das heißt, wenn du's nicht schaffst, der Wallrider ist, ähm, möglich. Da droppt man nicht. Oh, da vorne ist er. Die Wechsel kann man nochmal rufen. Man hört's schon. Ist das dein Ernst jetzt? Alter. GG, mein Motor ist ausgegangen. Hast du den Punkt? Nee. Bin zu weit unten. Nein. Oha, und der Lenkraketenwerfer hat nicht gezündet, ey. Was ist denn was? Hey, wer hat's? Auch nur wegen der Spirale übrigens hat er nicht gezündet. Echt? Ja. Hat er genau deswegen nicht getroffen? Weil der mich damit nicht im Fokus hat. Nicht gelassen. Doch, da hat sie dich ja im Fokus deswegen. Ja, aber deswegen hat er mich verwischen können. Du Lacke, ey. Jetzt liegt da bestimmt alles voll. Nee, hab ich nicht gemacht. So als ich bin, okay, ich bin assi, aber nicht so als. Ei, ei, ei. Wir waren auch ein bisschen assi bei den Gangster. Aber muss ja auch so sein, ne, Freunde. Ja. Fährt man die Spirale wieder oben an oder unten? Ich weiß es gar nicht mehr. Unten, glaub ich. Ich weiß es gar nicht mehr, sagt er. Richtiger Alzheimer-Typ. Wie da oben? Er loopt richtig. Nee, unten. So, wo liegt die Annäherungsmine? Scheiße geil, ich hab den Punkt. Vielleicht hab ich auch eine Mär. Dann hätten wir Haftpum gelegen und du hättest auf dem Map geguckt die ganze Zeit. Nee, mit den Timing-Sachen funktioniert bei mir nicht so. Du bist schon im Ziel. Ich steh davor, ich wart auf dich. Halt's ab. Du lügst doch wie gedruckt, oder? Wofür war hier der Looping? Keine Ahnung. Bist du dran vorbeigefahren? Nee, ich bin ihn gefahren. Bei mir war das so komisch vor. Ja, ja, da lag einer. Als ob er keiner mehr hatte, weißt du, tut er so. Und dann liegt er eigentlich. Bisschen zu kurz geflogen. Helbe hat beendet. Oh, das wird nix mehr. Nee, das wird auch nix mehr. Hätte ich vielleicht doch warten sollen. Alter. Freunde, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch bei Helbe vorbei. Bis dann und rein. Ciao. Ciao. Do you get it now? I'll say goodbye. Untertitelung des ZDF für funk, 2017